Eurothermen erhalten Gesundheitspreis. Oberösterreichs grösstes Tourismusunternehmen wurde mit dem oberösterreichischen Gesundheitspreis für das Mitarbeiterprogramm Euroaktiv ausgezeichnet. Die Zukunft des Waldes. Der Klimawandel stellt auch die fichtenreichen Wälder vor schwerwiegende Herausforderungen. Langfristig plant Landesrat Max Hegelsberger einen Waldumbau mit Laubholz, Tanne, Lerche und Douglasie. Auch auf die Tanne kann die Waldwirtschaft nicht verzichten. In luftige Höhen. Der Autor und ehemalige HT1-Mitarbeiter Peter Schier-Montford erzählt in seinem Romandebüt die Geschichte eines indischen Studenten, der seine Leidenschaft für das Jodeln entdeckt. Ein modernes Märchen über persönliche Entwicklung und den Mut, Visionen zu verfolgen und Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Panoramatafel am Magdalena Berg. Die vom Tourismusverband der Urlaubsregion Vitalwelt Bad Schallabach aufgestellte Tafel bietet Wanderern die Möglichkeit, die Wahrzeichen des Ortes und das beeindruckende Bergpanorama besser kennenzulernen. Haiböck nutzte den Heimvorteil. Michael Haiböck konnte die österreichischen Meisterschaften in Hinzenbach überlegen für sich entscheiden. Mit 96,5 Metern stellte er zudem einen neuen Schanzenrekord auf. Erfolg für UFG-Nachwuchs. Beim Jugend-Europa-Pokal konnten Philipp Einsiedler und Lukas Eidenhammer sich mit der jeweiligen Oberösterreich-Auswahl den Titel sichern. Die UFG Christkirchen-Pötting setzt damit erfolgreich auf seinen Nachwuchs.